Die nächste kognitive Verzerrung hat einen lustigen Namen. Sie heißt Halo-Effekt. Und zwar nicht Hello-Effekt, sondern Halo-Effekt, Heiligenschein. Was hat das mit diesem Heiligenschein auf sich? Das heißt, dass eine überaus positive Eigenschaft an einem Menschen verallgemeinert wird. Das bedeutet, jemand kann eine Sache besonders gut und dadurch schließen wir, kann er ganz viele Sachen besonders gut. Im Ersten Weltkrieg, also Anfang des 20. Jahrhunderts, hat man diesen Effekt zum ersten Mal herausgefunden. Da hat man nämlich Offiziere gefragt, wie gut ihre Soldaten beispielsweise, wie genau sie schießen können oder wie gut sie Mundharmonika spielen können. Und was aufgefallen ist, ist, dass Offiziere gesagt haben, dass große Soldaten, starke Soldaten, gut gebaute Soldaten, hübsche Soldaten, dass diese Soldaten auch überdurchschnittlich gut Mundharmonika spielen und dass diese Soldaten überdurchschnittlich gut auch genau schießen können. Das heißt, die Offiziere haben von einer positiven Eigenschaft, beispielsweise von großer körperlicher Stärke, geschlossen auf andere Eigenschaften, beispielsweise genau schießen, die nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Und dieser Effekt wurde später durch viele Experimente bestätigt. Also dieser Heiligenschein, eine ganz positive Eigenschaft, überstrahlt alle anderen Eigenschaften. Das interessanteste Experiment dazu aus meiner Sicht ist das sogenannte Rosenthal-Experiment. Da ist man in Grundschulen gegangen und hat den Grundschullehrern gesagt, lieber Lehrer, du hast jetzt 20 Kinder in deiner Klasse, aber ein Fünftel dieser Kinder, also vier Kinder, das haben wir durch einen Test herausgefunden, diese vier Kinder sind besonders begabt. Und in den nächsten Jahren wird sich ihre besondere Begabung insbesondere zeigen und man wird sehen, das werden Hochbegabte. Das Spannende daran ist, bei diesem Experiment hat man gar keinen echten Test mit den Kindern gemacht. Also man hat nicht wirklich herausgefunden, welche vier Kinder, welche 20 Prozent tatsächlich hochbegabt waren, sondern man hat einfach zufällig vier, fünf Kinder ausgewählt und gesagt, diese Kinder, die sind hochbegabt. Und das Spannende war, dass die Lehrer diesen Kindern dann ganz andere Aufmerksamkeit zugewendet haben. Diese Kinder beispielsweise häufiger haben ausreden lassen, diesen Kindern positives Feedback gegeben haben. Und was die Studie ein Jahr später herausgefunden hat, ist, dass diese Kinder tatsächlich in ihrem IQ überdurchschnittlich besser geworden sind im Vergleich zu den anderen Kindern. Das heißt, allein diese Idee, dass das Kind hochbegabt ist, was ja nur ein Heiligenschein war, was ja gar nicht gestimmt hat, allein diese Idee hat zu einer Verhaltensänderung geführt und letztlich auch zu einem komplett anderen Ergebnis. Der Heiligenschein, es sollen ja Hochbegabte sein, hat sich tatsächlich ausgestrahlt auf das andere. Diesen Effekt kennst du vielleicht auch aus der Schule. Also beispielsweise, ein Schüler war besonders gut in Mathe und dann haben die Lehrer natürlich untereinander im Lehrerzimmer gesprochen und gesagt, ja, dieser Schüler, der ist besonders gut in Mathe, haben gehört, ah, wenn er in Mathe gut ist, heißt es, dass er schlau ist. Und wenn er schlau ist, heißt es, dass er natürlich auch in anderen Fächern sehr gut ist. Und so bekommen Schüler häufig einfach gute Noten hinterhergeschmissen, die in einem oder zwei Fächern besonders gut sind, weil man denkt, diese eine positive Eigenschaft überträgt sich auf ganz viele andere positiven Eigenschaften. Und nun stellt sich die Frage, was kann man gegen diesen Halo-Effekt machen, gegen diesen Heiligenschein-Effekt? Und die Lösung lautet, man muss sich tatsächlich die Eigenschaften des Menschen nacheinander und getrennt voneinander anschauen. Das bedeutet, wenn jemand beispielsweise gut reden kann, heißt es nicht gleichzeitig und automatisch, dass er sehr gut schreiben kann. Und wenn jemand gut schreiben kann, heißt es nicht automatisch auch, dass er gut Gedichte schreiben kann, weil das ja wiederum was völlig anderes ist mit Reimstruktur und so weiter und so fort. Oder wenn jemand gut in Mathe ist, heißt es nicht unbedingt, dass er gut in Physik ist, wobei diese Fächer natürlich eher zusammenhängen, als wenn jemand gut in Mathe ist, ist er sicherlich auch gut in Sprachenlernen. Also die Lösung beim Halo-Effekt heißt, sich nicht durch eine überaus positive Eigenschaft bestrahlen lassen und beeinflussen lassen, sondern tatsächlich alle Eigenschaften für sich anschauen. Das ist natürlich im Einzelnen schwierig, aber tatsächlich sollte man es versuchen und sagen, nur weil du in Sache A sehr gut bist, heißt es nicht, dass du in Sache B auch gut bist. Und zum Schluss noch die negative, die dunkle Seite der Macht. Also wenn du selber derjenige sein willst, der manipuliert, dann kannst du natürlich auch diesen Halo-Effekt selber anwenden, indem du deine große Stärke besonders in den Vordergrund rückst. Also sei es, dass du zum Beispiel super gut gekleidet bist, dass du gerade deine Kleidung in den Vordergrund stellst und auch darüber vor und nach deinem Vortrag sprichst und sagst, wie gut und stilsicher du bist und wie toll du dich darin auskennst. Und so werden die Menschen von dieser Stilsicherheit und von deiner perfekten Kleidung auch Inferenzen machen, auch diese Dinge übertragen auf alle deine anderen Eigenschaften und denken, der ist überall gut. Also wie gesagt, du kannst den Halo-Effekt auch selber nutzen. Du musst deine Stärken nur in den Vordergrund rücken. Das war ein Ausschnitt aus meinem Online-Kurs und den Rabatt-Link zum gesamten Online-Kurs findest du in der Description unten. Und abonniere gleich bei der Gelegenheit auch meinen Channel für weitere Rhetorik-Tipps kostenlos.